So, da sind wir wieder. Wir haben gerade Scotiers Barriere hier entfernt. Das heißt, wir können jetzt hier hin in die Eivillwälder. Jedenfalls meinte Scotiere damals, dass sie ihre Ruhe haben wird in Eivillwäldern. Also wäre etwas naheliegend, dass es hier dahin geht. Tada, Eivillwald. Ja, doch. So, jetzt machen wir unser altes Spiel. Wir gucken uns erstmal die nähere Umgebung an. Oh, noch so eine Barriere. Wir haben keinen Würfel mehr. Aber das ist auch ganz gut so, denn wir haben so nur einen Zugang in einen Bereich, den wir noch nicht kennen. Das heißt, wir können uns jederzeit hierher zurückverziehen, falls wir schlafen müssen. Das sieht wie eine Stadt aus. Yay, Sachen verkaufen. Äh, das ist keine Stadt. Da wollen wir nicht rein. Also jedenfalls noch nicht. In dem White Tower, also diesem weißen Turm, wo wir eben gerade waren, sollen wir nämlich den Trank brauen, wenn wir alle Zutaten haben. Aber eine Zutat fehlt uns noch und... Naja, zwei Pyramiden, aber die können wir auch später besorgen. Also fehlt uns eigentlich echt nur die Zutat aus Eivill. Also schauen wir uns hier mal schön um und suchen die große, große Stadt in dem kleinen, kleinen Wald. Bisher noch kein einziger Gegner. Das ist schon komisch, wenn sich Skoscher hier verbunkert haben wollte. Oh, wir sind schon wieder zurückgelaufen. Na gut, wo wir schon mal einigermaßen im sicheren Bereich sind, können wir auch gleich schlafen. Wir brauchen zwar nicht wirklich viel, aber sicher ist sicher. Ja, denn wenn schon keine Gegner da sind, ist es naheliegend, dass irgendwann welche kommen, wenn wir irgendwas falsch machen oder in den falschen Bereich gehen. Okay. Was ist echt komisch, hier ist nichts. Keine Gegner, keine Truhen. Keine riesigen Städte, wo wir Pulver kaufen können. Kein nix. Also, außer die Barriere da hinten, wo wir eben gerade waren. Wow. Das sind keine Orks. Jedenfalls keine Orks, wie ich sie kenne. Oh, wir sollten bei Kater wieder auf die Armbrüste umsteigen. Also, wenn er sein, Stufe, was ist das jetzt? Stufe 5? Kämpferlevel hat. Was haben wir hier? Oh, das könnten die Heerlager von Skoscher sein. Mehrere tausend Orks. Ja. Also, wir stellen uns jetzt hier an die Brücke und locken dann alle Orks einzeln darüber. Das klingt nach einem Plan. Ja, das könnte noch einen anderen Weg zu der Burg führen, aber wir wollen gar nicht zu der Burg. Oh, ein Valence Würfel. Sehr schön. Damit könnten wir hier die Barriere auflösen. Aber gucken wir uns hier erstmal zu Ende um. Hier war also nix. Das heißt, das Fitzel da noch, das Fitzel da noch und das da. Vielleicht hat sich da ja irgendwo eine Stadt drin versteckt. Aber ich habe irgendwie den Verdacht, dass die Stadt hinter der Barriere ist. Aber das werden wir ja gleich rausfinden. So, hier nochmal ganz kurz. Oh. Nix. Ja, jetzt sind wir... Ah, nee, da unten noch. Ja, ich spiele auf recht kleiner Auflösung. Deswegen sehe ich die Stellen, wo man noch nicht war, nicht ganz so gut. Also, diese Ränder hier sind teilweise nicht ganz so dick. Aber gut. Also, zu Skoschers Hindernis. Anscheinend wollte das Spiel einfach nur, dass wir oben die tausend Orks sehen und diese Super-Orks, bevor wir den Würfel bekommen. Also, klick. Klick. Und weg. Und der Würfel ist auch weg. Schade. Oh, was haben wir hier? Eine Rundschild der Heimlichkeit. Eine Kanone. Was machst denn du? Also, das hier ist ein ganz normales Rundschild und das ist ein Zwergen-Rundschild. Dann ersetzen wir doch mal das Rundschild durch den Rundschild der Heimlichkeit. Und der macht nur einen Schutz mehr. Ich hätte jetzt irgendwie damit gerechnet, dass wir noch ein Gauner-Level drauf bekommen. Hm. Na gut. Und die Kanone klingt ganz gut. Also, wenn ihr nachher wieder umsteigt auf die Fernkamp-Buffen, dann kriegt ihr die Walküre und die Kanone. So, Walküre, Kanone. Hätten wir das auch schon mal vorbereitet. Kiste war leer. Und hier geht's lang und da geht's lang. Gucken wir erstmal da oben. So viel dazu. Es ist eigentlich auch wieder nur ein Weg, den man gehen kann. Der Rest sind überall Sackgassen. Bitte lasst da jetzt ein Willkommen. Ja, das sieht doch gut aus. Eine Stadtmauer. Sehr schön. Hoffen wir einfach mal, dass die Stadt noch nicht überrannt wurde. Aber zuge... äh, verbarrikadierte Türen sind kein gutes Zeichen. Wie finden wir jetzt hier Händler, die uns was verkaufen können? Na ja, schauen wir mal. Wir wollten uns eh mit dem Schmied aus Gladstone treffen. Das heißt, wir gehen von Tür zu Tür, gucken, was wir so mitgehen lassen können. Und hoffen, dass wir irgendwo auf den Schmied treffen. Wirklich schnell, denn wir haben keinen Platz mehr. Ein Ast der Vergangenheit. Dafür lassen wir mal eine Ölflasche hier. Und ja, vielleicht sollten wir erst ganz gezielt nach dem Schmied suchen. Denn wenn wir jetzt die ganzen Häuser hier aufbrechen und uns umsehen, werden wir so viel Zeug finden, für das wir gar keinen Platz haben. Das wäre schon ärgerlich. Das heißt, wir klappen jetzt einfach mal die Gegend hier ab und schauen dann noch auf der Karte, ob irgendwo sich ein Schmied gemeldet hat. Bisher keine Orks und auch keine von diesen Riesen-Orks. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Also sind nirgendwo Schilder, wo draufsteht, hier Schmied, hier Kräuterhändler oder dergleichen. Das hätte das Ganze schon wesentlich einfacher gemacht. Ups. Na gut. Hmm. Oh, das ist eine wichtige Information. Aber anscheinend können wir hier sonst nichts mehr erreichen. Schade. Bringt das Elixir mir sofort an, wenn du es überhaupt nicht bekommst. Hm. Na, der Typ ist mir nicht sehr sympathisch. Aber gut, wir werden seine Pyramide brauchen. Hier ist also der Stadtrat. Vielleicht ist nebenan ein Geschäft. Nee, nur noch so ein Ass. Ass der Unendlichkeit. Äh. Ja, und genau das meinte ich. Wir haben jetzt lauter Krimskrams, den wir eigentlich für ein paar Silber verkaufen könnten. Den müssen wir liegen lassen. Aber hilft nichts. So, wir hatten hier ein Schlüsselloch. Und hier noch ein Schlüsselloch. Gucken wir mal. Oh, Waffen. Helle Bade Witwe. Macht sehr gut Schaden. Dafür lassen wir mal ein Lampenmüll da. Und durch Trennung macht auch noch mehr Schaden. Dafür lassen wir mal ein Ginseng liegen. So, das war die eine Tür, die man knacken konnte. Und... Klick. Oh. Die Tür müssen wir uns merken. Dafür braucht man einen richtigen Schlüssel. Den wir wohl irgendwo hier in der Stadt bekommen werden. Ah, das ist der erste, den wir von Uxchels Volk sehen übrigens. Aber gut, wir sind nicht hier, um ihn zu betrachten. Wir sind hier, um ihm... Um ihm teures Zeug zu verdicken. So, das auch. Haben wir mit dem Lampenöl nicht. Äh, den Bogen. Ah, ich trenne mich immer so ungern von Sachen. Aber... Das muss, das muss. So, die Hacke behalten wir. Das Schild kann auch weg. Smaragdlinge wollten wir behalten. Und da sind schon wieder die Armbrüste. Das heißt, wir haben eigentlich gar nichts mehr zum Verkaufen. Hat auch das da noch. Nö, der Rest, den brauchen wir eigentlich. Die Spitzhacke vielleicht. Okay, weg damit. So, sieht nicht wirklich viel besser aus, aber wenigstens ein bisschen. Gut, auch wenn wir momentan nichts zum Jagen haben. So, wo waren wir noch nicht drin? Wir waren noch nicht in dem, in dem, in ganz vielen. Ah, das hilft nichts. Müssen wir von Haus zu Haus gehen. Jetzt haben wir wenigstens Platz, um die Sachen aufzuheben. Ein Ergishelm. 78? 80? 80? 80? 80? So. Und ja, für mich ist immer Aktuell Priorität. Dass er nicht stirbt. Ist zwar eigentlich egal, weil dann kann der andere einen Wirbel leben, aber mein Hauptheld ist bei mir allgemein immer am besten ausgerüstet. Ich denke mal, das machen die meisten Spieler so. So, noch ein Ergishelm. Noch was zum Verkaufen. Ja, apropos verkaufen. Wir wissen noch gar nicht, wie teuer dieses Pulver werden würde, wenn wir dann irgendwann mal den Händler finden. Das könnte noch zu einem Problem werden, obwohl wir haben eine ganze Menge. Naja, schauen wir mal. Spekulieren hilft ja nichts. Erlösung, das klingt ja auch brutal. So. Und, äh, stinknormale Sandalen. Ja. Nehme ich erstmal mit, aber die können wir gerne aussortieren, denn ich glaube, die bringen nur ein, zwei Silbermünzen. So, hier warmwischen überall. So, ist Rückwärtsgang rechts rum. Alles zugenagelt. Zugenagelt, aha. Ja, natürlich. Oh, sehr schön. Weil wir dem einen Mädchen der Dragegröle geholfen haben, haben wir es jetzt umsonst bekommen. Das ist doch super. Das heißt, wir haben jetzt alle Ingredienzen zusammen, nämlich die vier hier, um das Elixier herzustellen. Was haben wir hier noch? Lampenöl? Äh, sie kann unsere Gesundheit beurteilen? Ähm, ja, sehr charmant. Also, ich gehe mal davon aus, dass sie uns heilen könnte. Warum auch immer wir uns heilen lassen müssten. Die Stadt ist ja noch relativ ruhig. Aber, wie sie schon richtig sagte, es ist eine Belagerung im Gange und vielleicht ändert sich das noch mit der Ruhe hier. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Ein leeres Haus mit einem, oh, Zwergenplattenpanzer. Sehr, sehr schön. Wesentlich besser als ein zerrissenes Hemd, hm? So, obwohl, du kommst mit. Was die Leute alles in ihrem Zuhause liegen lassen, ist schon faszinierend. So, wir gehen mal links weiter an der Wand lang. In der Hoffnung, dass wir irgendwann mal auf den Schmied stoßen. Was auch immer er genau mit uns wollte. Er hatte damals nur gesagt, kommt nach Eivil und trefft mich da in ein paar Tagen. Hm. Oh, keine Türen mehr. Nee. Ein Ass der Herrschaft. Das sind wohl alles Zaubersprüche, die auf die Karten gebannt wurden. Und Platz geht langsam aus. Das heißt, wir werden wieder zu dem Armbruch schützen müssen. Wenn wir nicht vorher den Schmied endlich finden. Äh, gleich sind wir einmal durch. Dann können wir aber noch hier in den mittleren Bereich gucken. Und dann war es auch schon was mit der Stadt. Also sie war zwar groß, aber machbar. Ah, Victor. Hallo Commander, ich habe das... Oh, das ist du. Bitte, komm in. Es ist ziemlich ein Buss, um dich wieder zu sehen, Victor. Gladstone nimmt die Aufmerksamkeit in der Unterstützung aller Patrioten wie dich. Axshel, Picard, Paulson. Willkommen. Ich habe jetzt meine neue Shop hier. Hm. Er hat gerade irgendwas von einem Heerführer gesagt, den er eigentlich begrüßen wollte. Ich hoffe mal für ihn, dass das der Heerführer von Eivil ist und nicht von der Dunklen Armee. Aber gut, wir wollen verkaufen. Das nicht. Das nicht. Das nicht. Die Helme können weg. Der kann auch weg. Das auch noch. Und ja, das sind nur Kleinkrammünzen, aber was soll's. So, das Schwert, das sieht schick aus. 560 Kronen. Na gut, wenn wir das Geld nicht hier ausgeben, wo dann? Also, ja. Zweihänder Gerechtigkeit. Das klingt doch schick. Äh, die anderen Waffen sehen mir irgendwie so klein aus. 3.000. 3.000. 3.000 Kronen. Das ist auch ein Scherz, oder? Ähm, ähm, 3.000 Kronen. All right, you go now. Ah, es ist übel. Aber wir haben ein Ziel. Ganz, ganz viel Krimskram sammeln. So lange, bis wir 3.000 zusammen bekommen. Äh, ja. Aber erstmal gucken, wie gut er ist. Jetzt haben wir 48. 56. Ja, es ist... Ist okay, aber ich hätte irgendwie einen Ticken mehr erwartet. So, sein Kämpferlevel wartet immer noch. Aber speichern wir jetzt, wo wir Viktor gefunden haben, mal ab. Machen einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. LP 0. Ne, nicht 25. Ich hab letztes Mal einen Fehler gemacht. Eigentlich sind wir ja erst bei 23. So. Das mache ich jetzt so lange, bis wir aufgeholt haben. Speichern und bis gleich. Das macht es sehr 이해- Kobe flew, bis alles ein! Das geht's sofort bei wanting! 5 Rechte Zeichen seiner Säge! 5 5 4 5 5 8 9. Untertitelung des ZDF, 2020